Ja, der Standard-Attack-Eli. Also wie gesagt, wir versuchen, dir ganze Luftunterstützung zu geben. Graham, wo bist du? Ich werde abgesetzt. Okay. Ich kann doch nichts bauen bei dir. Siehst du mich? Ja, ich komme zu den 100 Witz. Ich muss mich jetzt zurück, sonst knall ich gegen den Dach. Okay. Lass es knacken. Wo ist der Kollege? Oh, das ist gefährlich. Am besten wäre, dass du B1 erstmal annehmen würdest. Aber okay, komm. Wenn wir feuern durch das Schiff. Immer höher ziehen, Bro. Oh, mit Vanitan. Jetzt kommt er weg zu sehen. Jetzt habe ich ihn ein paar Mal gehofft. Abgeschwungen. Abgeschwungen. Hä? Der brandt ja gar nicht, ne? Pistol, Bruder. Rägerischung, B1. Ich gucke mal, es ist wieder auf dem Schiff drauf auf, ne? Den Franzisten. Ja, ja. Gestern noch gefallen. Das war C1 und C1, Bruder. Kommst du von dir ran? Von dir ran. Wir kontrollieren die meisten Sektoren. Wo war es? All der Sektor, jetzt secure. Räger zerstört, okay. Alles sauber, ja? Boah, wir haben alle Flaggen, oder was? B2, B1, Bruder. Die kommen jetzt von B1 und B2, ober. Das ist ein Panzer. Wo? Das war richtig gut, ja. Das? Ja, okay. Wir sehen. Abgeschwungen. Igna von B2. Der war hier, Bruder, wo ich hinschieße. Da war ein Igler. Da, genau. Sie sehen dich? Killer. Bei dir ist einer Klaus, zwei Däumann hinter dem Containerkiller. Ein hab ich. Hinter dir. Bruder, du darfst nicht sprayen, Habibi. Healy jagt uns. Ein unterwegs. Hit. Ein unterwegs. Ja. Brenn. Sauber. Boah, der war schloss. Status. Arceliales aren't able to get a Foothall. You're securing objectives. Ah, dass wir kein Werkzeug haben, boah. E1, Action. E1. E1? Ja, direkt vor uns. E1, ja. Ich weiß nicht, wie ich das markiere, Alter. Das kann nur der Squad Leader, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Siehst du nicht, wie ich markiere, Bro? Zum Beispiel hier, auf E1? Aber ich will die Flagge markieren, wie früher. Das meine ich nicht. Ach so, der Michi ist jetzt Squad Leader. Ach so, deswegen. Ach, E1. Aber du musst schon mit uns spielen, Killer. Damit will ich dir auch helfen. Weil wir greifen ja immer da an, wo unser Base ist. Die nähesten Ziele zum Base. Das ist bei denen der Base. Du willst voll Action sein. Diese scheiß Vögel hier fliegen, die irritieren mich immer, Alter. Ich denke mal, dass es dieser Gegner. E1 ist sauber, Bro. Oder was? Okay, let's go, B2. E1 willst du? Okay, ich gehe C1. Ranger, ich zerstöre hier nur Ranger. Panzer auf C1, genau. Genau in der Mitte, ja, hab ich gesehen. Ich hitte ihn schon. Ich denke, er hat einen Hut bekommen. Ich hätte ihn nicht aufgepackt. Ich hätte ihn nicht aufgepackt. Ich hätte ihn nicht aufgepackt, aber er ist. Haut ab. Mach mal Infantrie sauber, Brunner. Jet. Weiß nicht, was das sein soll. Ich stehe ihn nicht mehr. Okay, dann C1, D1. Ade. Panzer kommt, zu dir, X- wired program. Is war Panzer so, Jem? Lauer noch Machirum. Wohin, Bruder, wohin schießt du? Ach du, das ist ein Zweidiger, ich schieße die Kipp-Panzer, ganz ehrlich. Der Junge braucht Hilfe. Der brennt, der E-Mail fiel. Genau, ich schau ab. Bei uns in der Basis ist auch ein Panzer. Unter uns, ja, genau unter uns. Hab ich gesehen. Hat er geklaut oder was? Warte einfach. D1, Bro. Panzer. Auf C1. Tot. Auf dem Schiff, voll viele, die schießen auf C1. Nice. Wow, was war das? Nice. Attack Heli. Nein, Mann, warum jetzt, Mann? Ich bin noch B2, ne? Ja, ja, aber ich muss zurück, wegen Ikla. Wie ist denn Attack Heli noch? Nein, im Moment sehe ich ihn nicht. Okay, B2 oder was? Oder D1, Left, D1? Da hinten ist er, da hinten. Wo? 1.300, 1.400, 1.400, 1.400, 1.400, 1.400, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Nein, bei B2 weiß ich noch was. Wie heißt das im Boot? Ja, ist das im Boot? Nein. Geh dich. Ich sehe nicht. Genau auf dem Flakby. Nein. Nein, der fährt doch. Da fährt der. Ah, hier, hier, hier. Oder, hier, hier, hier. Wir sind ins EOSG. Okay. 26 Star R Homeland. Ja, wie er jetzt Monitor names. Ja, er gab es jetzt wenig. Wie cracks ihn? ist da noch was davon d1 auf dem schiff laufen welche w1 guck mal hier der läuft weg dahinter ist auch noch einer ich glaube hier ein zählen wird genau genau hast du deine perfekt gesehen sie eingestellt für gunner ok d2 d1 danach links hier da laufen zweimal 1 habe ich 2 habe ich mehr du hast eigentlich schade michi dass du keinen tank fahren kannst das wäre geil ich kann es abgeschwungen abgeschwungen sie fliehen jürgen jürgen schiff hinter d2 ist ein panzer genau hinter d2 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 ja d2 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 d4 d2 Wir müssen die holen. Er wird schon mal angegriffen. Rückzug. Noch mal von hier, Bruder. Da ist einer noch drinnen, der schießt auf uns, siehst du? Infanterie rechts vor sich. Gut. Unter-down, oder? Nein. Da. Da. Was ist das? Das ist das nicht. Spann tot. Elie. Noch ein Heli, glaube ich. Osprey, ja. Panzer. Link. Oh, ich muss weg. Wir sind auch 50, oder? Guck mal, E1. Lass uns erst mal vor unserer Haustür aufruhen. Gar nichts, oder? Nein, da sehe ich nur links einen von uns. Da sah sich einer in dem gelben Kran hoch. Ich habe es schon. Ich denke, wie hell. Habe ich richtig gesehen? Der runtergesprungen ist je nicht mehr. Der springt, oder? Der fliegt. Die Anti erschießt auf uns. Ich glaube, das ist eine Anti-Abo, oder? Hier? Bei den Zweiten? Ja, hier, 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 hier. Da ist doch ein Panzer da hinten. Das ist eine Anti-Abo. Der muss die Welt retten. Weißt du, was ich meine? Oh, tschüss. Er ist extra wieder zu uns gekommen. Du siehst doch. Aber es macht Trink 17 und fliegt hierhin, Bruder. Let's go. B2? Ja, B1, B2. Erstmal B1 gucken, ob es sauber ist. Der Panzer hat einen Hut bekommen, aber da waren wir nicht von mir. Da rechts. Drei Mann. Drei Mann. Vier Mann. Fünf. Kriegsmaschine. Ich truffe. Ich glaube, es ist zu schwer. Es ist nicht mehr wie bei B4. Es ist viel schwerer geworden, das Heli, als der Schwör. Guck mal, die Ante, er kommt zu uns. Und? Aber E1? Hier, hier. Hier, wo ich hinschieße. Grüne Markierung. Ja, ich sehe. Tornado. Guck mal, wie der fliegt da hinten. Rechts. Rechts. Hier. Hier, eine rote Markierung. Achso, ne, achso, da ist nämlich noch ein Dings. Hedi. Ich will die Ante, oder? Komm, komm. Was macht denn der? Guck mal, der Hedi. Ja, Hedi. Ich hasse, dieses Spiel. Ja, Wallah, ja. Aber der hat das gar nicht gecheckt, dass wir da wenig waren, ne? Der Leding. Wo war lost? Nein, es ist bloß nicht. Kannst du sofort Reparatur einmal machen, Opo? Ja, aber das sind nur drei Prozent. Weil da war 28 Stand drin, da waren wir 41. Ja, ja, ich glaube, drei oder 13 Prozent oder so. E1 schießt du. Er läuft jetzt so, D. Einen hab ich. Guck mal, hier hinten. Hier, hier. Wo ich hinschieße. Ja. Noch einer, hier. Die Rebellen haben, oder? Schöne ich den? Oh na, du. E1 braucht Unterstützung. Die nehmen auch nicht ein, ne? Guck mal, wie viele Leute dabei. Ja, ich so dachte. Die nehmen jetzt langsam ein. Warum verpiss ich Tornado, Mann? Packen, Schaaf. Nee, der kommt zu. Von Weitem, keine Ahnung. Ich glaube, ich hab ihn gesehen. Ich glaube. Kann die Anteer sein, das ist auch natürlich Anteer, oder? Hier, bei E1 hab ich was gesehen. Links, ja? Ich glaube. Da, ja, der läuft da. Du hast recht, hier. Wo ich hinschieße. Ein, zwei Mal die Hete. Papi. Der trifft. Yallah, weiter. Da läuft wieder einer rein. Hier jetzt台' mal. Yallah. Yallah. Habibi. 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 Der Tonaden hat doch den Hund abgesehen, ey. Jawoll. Und? Der Kids Assist steht 34 da. Ich mein' ja auch. Wie viel Platz? Das weiß ich auch nicht. Da drunter war doch Platz. Nee, nee, da hab ich jetzt nicht draufgestellt. Aber kommt jetzt, guck mal. Und? 22. Zehnter. Boah, FIFA zu Null, oder? Ja. Flawless, Bro. Flawless.